Deutsch lernen mit Geschichten Kikis Streiche Kiki war ein kleiner Kobold, der in einem Wald lebte. Kiki war bekannt für seine Streiche und seinen Sinn für Humor. Eines Tages beschloss Kiki, dass es Zeit war für einen neuen Streich. Kiki hatte gehört, dass in der Nähe ein Bauernhof war, auf dem ein großes Fest stattfinden sollte. Da Kiki ein großer Fan von Partys war, beschloss er, dass er das Fest besuchen würde. Er verkleidete sich als Schaf und schlich sich auf den Bauernhof. Als Kiki das Fest erreicht, sah er, dass es voller Tänzer, Musiker und Essensstände war. Kiki beobachtete das Geschehen und beschloss, dass es Zeit war für einen Streich. Er ging zu einem der Essensstände und stahl ein paar Lebkuchenherzen. Dann versteckte er sich hinter einer Hecke und wartete auf den richtigen Moment. Als alle Augen auf die Tänzer gerichtet waren, rannte Kiki auf die Bühne und warf die Lebkuchenherzen in die Luft. Die Leute kicherten und johlten, als sie die Herzen auf ihnen landen sehen. Kiki nutzte die Gelegenheit, um sich aus dem Staub zu machen. Aber das war erst der Anfang. Er beschloss, dass er noch einen besseren Streich spielen würde. Er ging zurück in den Wald und holte ein paar seiner Koboldfreunde. Zusammen beschlossen sie, dass sie das Fest richtig durcheinander bringen würden. Sie gingen zurück zum Bauernhof und begannen, die Leute zu erschrecken, indem sie plötzlich aus dem Nichts auftauchten. Die Leute kreischten und lachten, als sie die Kobolde um sie herumtanzen und herumhüpfen sahen. Kiki und seine Freunde hatten so viel Spaß, dass sie beschlossen, dass es Zeit war, den ultimativen Streich zu spielen. Sie schlichten sich in den Kühnerstall und ließen alle Hühner frei. Die Hühner rannten im Kreis über den Bauernhof und erschreckten alle Gäste. Die Leute rannten hinter den Hühnern her, während Kiki und seine Freunde vor Lachen fast platzten. Als das Chaos vorbei war und die Hühner wieder im Stall waren, beschloss Kiki, dass es Zeit war, sich zu verabschieden. Er und seine Freunde verschwanden wieder im Wald und trieben dort weiter ihr Unwesen.